Du. Nein. Alles klar. Weiß ich ja Bescheid. Ja, schön. Die Pfeier passt auch wunderbar zu. Mein Arsch ist taub. Das ist sehr schön. Oh, halt doch auf. Was war denn da? Da kann ich doch nichts für, wenn die hier so... Oh. Und wer war es diesmal? Äh, ich glaube Pepper. Ach, come on. Oh, du könntest doch jetzt deine Sniper benutzen und die oben alle auf den Gängen töten. Ja, wenn ich nicht gerade dumm auf dem Boden rumliegen würde, ja. Oh, ich liege auch dumm auf dem Boden. Ich tue es dir mal gleich. Wolltest du mal sehen, wie das ist? Ja. Auf dem Boden der Tatsachen, da muss man sich auch mal wiederfinden. Ich stehe da oben gar keinen. Naja, ich habe hier auch schon alle getötet. Ah, Granate! Töte sie! Bin die Granate? Ja. Auch Granaten haben Gefühle. Ich bin davon überzeugt. So. Ich habe von du so überzeugt bist. Ich habe eine Blähmgranate. Hui. Die können jetzt alle nichts mehr sehen. Töte sie. Die sind hier im Sondereintrachtsmando von drei Leuten. Und ich soll immer alle töten? Ja. Ne, ich mache doch schon den ganzen Rest. Ich blende sie. Lenke sie ab. Schreie 30k and Pepper an. Ja, das frage ich doch auch. Ja, aber ich mache das mit viel mehr Elan. Hauptberuflich. Genau. Ich werde davon Ubisoft zu bezahlt. Ja, gibt es ja Sinn, ne? Ja, die müssen halt, die müssen angestachelt werden. Sonst bringen sie keine Bestleistung. Die können ja auch sonst nichts. Eben. Jetzt fall doch mal um, Junge. Warte, wie viel kommen die nach oben? Hast du eine Granaten? Normalerweise? Äh, ja. Feel free to use. Sehr schön. Ich habe mich auf irgend so ganz komisch nur Blendgranaten bei. Warum auch immer. Hey, hättest du mal so wie ich eine halbe Stunde, wenn der auch so einfach beraten ist? Ich glaube auch, das wäre es dann gewesen. Oh, da muss ich gar nicht hin. Ich muss hier durch die Tür. Hier gibt es Muni. Armoni. Armoni. Armoni? Armoni. Hacken sie das System. Ich wusste, dass wir schon Watchdog spielen. What? 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 Hinter dir ist einer her. Hinter dir ist einer her. Stirb, stirb, stirb. Jetzt kommt nämlich die Rambo-Mission. Jetzt werde ich auch mal die fette LMG hier nehmen. Ja, ich sage, hat die hat sich einfach richtig bezahlt gemacht. Oh. Oh, hier, bam. Wir müssen weiter. Los, weiter, weiter, weiter. Go, go, go. Gibt sie mir Deckung und nicht hecke, weil du hast eine bessere Waffe für sowas. Kommt noch weiter. Oh, stirb. Komm, da muss man nicht zielen, nicht in Deckung gehen, einfach nur ballern. Eigentlich ist das die Rambo-Rambos-Videogame. Jetzt bin ich down. Das waren drei Gegner zu viel. Jetzt bist du auch down. Ich dachte mir so, ich leg mich mal in die Reihen. Lol? Achso. Ich dachte gerade, ich kann auch die anderen steuern, aber ich kann nur meine Perspektive wechseln. Langsam sollten wir dann doch in Deckung gehen, oder? Nein. Okay, jetzt musst du schlafen. Sehr gut. Weiter geht's. Ah. Oh. Oh. Das ist so bescheuert, mit diesem Wiederbelebungs-Ding da. Bums. Kassmer, es wurde im Kampf getötet. Vergesst nicht, deinen Kameraden wiederzubeleben. Ja, will ich doch. Das ist unglaublich. Es ist unfucking fassbar. So sowieso, wenn du auch die ganze Zeit davor rennst, ist klar, ne? Ich. Ja, die haben ja nicht auch gesehen gerade. Die aktivieren sich doch hier sowieso. Ja, aber ist egal, wir haben nicht trotzdem gesehen. Oh Mann, ey. Granate. Schmeiß doch einfach, ne? Granate. Jetzt macht der Spieler, ja, geht jetzt auf einmal, spielt darüber der Arsch. Toll. Ich nehme mal die AK von dem Typen hier. Mach das, mach das. Tu das. Oh, mal die umgegner Sporen auch erst, wenn... Wenn man... Wenn beide an diesen Positionen waren. Er ist tot. Er ist tot. Hm, wo kommen die immer auf einmal her? Das ist ja unglaublich. So aus dem Boden heraus. Das ist ein Zauberer. Hm, jetzt ist der Kind of Magic. Jetzt kann ich nicht schießen, weil du vor mir stehst. Das ist so blöd. So. Schnauze. Oh, ich brauche Muni. Ich habe noch welche. Ah. Muni, kässt du den? Hast du gesehen? Ja, habe ich auch ihn gewonnen. So. Das ist ja eigentlich auch eine gute Waffe, ne? Was? Mit der AK. Ja. Da kann ich ja eigentlich das machen, weil ich ja auch raufnehme. Willst du hacken, oder? Ich kann gar nichts mehr. Sicher? Achso, wir müssen erstmal sicher. Ja, soll ich dann hacken? Also, wahrscheinlich mit der Zügekrenze oder so. Sicher. Hm? 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 Kontrolle haben gesichert. Gute Arbeit. Händen Sie sich in das System. Wir stoppen die Sequenz und greifen auf das andere Schiff zu. Roger. Soll ich? Nö. Nein, 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 nein. Na, erstmal Pornoseiten aufsuchen. Nicht Porn. So wie er davor saß? Ich verbinde. Wir sind drin. Unsere Techniker holen die Daten. Ja, siehst du? Drin. Auf dem Oberdeck ist ein Landeplatz. Dort sammeln. Die Pfeier. Die Pfeier. Am Ausgang formieren, Leute. Los, wir mussten erst rein. Jetzt müssen wir wieder raus. So sieht's aus. Ja, die Pfeier. Genau, die Pfeier. Der Arsch ist taub. Wisst ihr Bescheid? Hallo. 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 Jetzt macht doch mal hin, ihr Landratten. Ich will nach da. Ich guck die Tür an. Ich... Gegen die Wand. Ist aber wirklich eine schöne Wand, muss man ja sagen. Hallo, GZ hier. Schon gezahlt? Hier sieht's aber böse aus. Wir müssen unsere Pläne anpassen. Mehrere feindliche Abteilungen nähern sich Ihnen. Und eine russische Spezialeinheit kommt zur Verstärkung. Achtern befindet sich ein Landeplatz, aber auf dem Weg dorthin werden Sie auf einigen Widerstand stoßen. Gehen Sie überlegt vor und bleiben Sie in Bewegung. Hubschrauber sind unterwegs, um Sie zu unterstützen. Wie immer. Feinde. Vor allem, da kommen nicht nur Männer, da kommen ganze Abteilungen. Och, Pepper. Ach, die haben dich entdeckt. Naja. Gut, ich dachte, sie haben mich gesehen. Wahrscheinlich auch. Stand nur mein Name. Jaja, und das war wieder Pepper. Das Spielfehler hier. Spielfehler, Spielfehler sag ich dir ja. Vor allem für was immer, weißt du? Hm. Auch so eine schöne Tür. Was ist denn dahinter? Oh. Das draußen, von dem alle immer reden. Ist das das reale Leben? Hier will ich bleiben. Boah, das du scheiß Grafik. Okay. Hm. So, erstmal wieder Fresh Muni mitnehmen. Fresh Muni. 600 Schuss. Jo, Bro. Ach, pappalapapp. Die werden mich entdecken. Leichter Feindkontakt. Rankiere 2. Dein Zeichen. Sind ja so sechs. Ja, ja. Na gut, was ist denn so machen, ne? Okay. Und den, den, den. Wir können ja auch erstmal die zwei linken, oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Nur wir können das da irgendwie machen. Wir können ja auch die vier und die anderen sind ja weiter hinten. Gleich entdecken sie dich. Ach, toll. Okay. Wer hat denn bitte sein Ziel verfehlt? Keiner. Doch. Nein. Doch, einer hat sein Ziel verfehlt. Einer hat von den vier noch gelebt. Nein. Doch. Wir haben ihn gerade erschossen. Ach, auf den Balkon da drüben. Ja, Mensch. Das ist ja ein Ding. Na, guck mal. Was für ein Glück, dass du einen Sniper mitgenommen hast. Hä? Ach, du hast die ja gar nicht mehr, wa? Doch, doch. Na, was für ein Glück, dass du die mitgenommen hast. Wieso? Weil gegenüber Gegner sind. Mit so einer Sniper kann man die, glaube ich, ein bisschen besser treffen, als mit so einem normalen Gewehr. Vielleicht. Komm hier rüber. Los, ich will hier runter. Sind da nur welche? Ich glaube nicht. Ich sehe keine. Alles klar. Ich will ja gerne runter. Wie komme ich da runter? Ach, hier komme ich runter. Aha. So. Fabulös. Allerhand hier. Das sind alles Features in dem Spiel. Nur mehr Gegner. More of these enemies. More of these enemies. Scheiße. Oh, hier sind wir auch Sniper. Oh. Na, die mit den Laservisieren. Du siehst aber auch gar nichts. Ja, Kollege, du kannst die auch markieren. Warum soll ich mal so selber? Wenn ich sie nicht sehe. Ja, dann mach mal Augen auf hier. Was ist nur für ein Sniper. Ich glaube, die sind tot. Da oben ist noch einer. So. Durch das Rohr geschossen und getötet. So. Boah, was schießen die? Ach, die schießen immer auf irgendwas. Hä? Ach, dann schießen wir weiter. Okay. Da war wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich glaube auch. Die haben es gesichert. Lassen wir sie mal an ihm glauben. Da freuen sie sich bestimmt. Damit sie stolz sind. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Komm, die hochklettern dann. Äh. Müssen wir da vielleicht an der Leiter sich helfen? Oder? Oder? Äh. Können wir es mal probieren. Kontakt? Wie Kontakt? Und Kontakt? Was geht mit mir? Ist doch keiner. Was ist los? Oh. Boah, die Waffe verzieht natürlich auch immer schön extrem. So lange sie verwirrt sind. Hilfe, 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 Hilfe. I'm down. Nein. Die sind aber auch überall, diese Schweinebratzen. Eggshot. Ich bin gleich wieder down. Wie kann man sich denn hier mal gescheit decken? Was ist denn hier los? Oh, ich bin das gerade gut. Bam, bam, Headshot. Nein, das war leider keiner, aber wir tun nur sowas. Noch ein paar Minuten. Ach, kennen wir doch. Gar kein Thema. Wir sind ja Speziale im Head und so. Hilfe, Hilfe. Fuck. Weg, weg, weg. Die Granate explodiert gleich. Mann, 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 Mann. Ach, kacke. Alter, wer ist das? Der Arsch. Wir sind schon. Rad. Ja. Sie kommen doch aber von überall. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, ich muss nachlaufen. Das dauert ein bisschen mit der Waffe. Ich meine, ich gebe mir gerade mein Bestes, aber das ist halt. Und so. Na, endlich, kommen sie mal hier. Die Hubelschrubbelts. Die Hubelschrubbelts. Können wir entspannt hochklettern. Jetzt auf einmal ist die Leiter unten. Natürlich doch. Von alleine wusste sie, ich muss mich ausfahren. Ich muss jetzt runter. Kann ich ja von hier kommen. Nein. Das ist nicht schön. Hier gibt es keine offenen Wege, die man laufen darf. Das finde ich doof. Können wir endlich nach Hause? Es ist kalt und ich habe Hunger. Ich lade nach. Ich lade nach. Was ist denn da unten? Ach, der Hubelschrauber. Sieht das bescheuert aus, ey. Ach ja. Schön, hat er erstmal gymnastische Übungen im Hubelschrauber gemacht. Ja. Muss ich auch mal entspannen. Der hat keine Waffe in der Hand. Doch, er hat sie durch die Wand gesteckt, die alte Drecksau. Du Schwein. Wenn du umfasst hier einfach die Wände. Ja, und ich. Ich bin schockiert. Wir hatten so klare Anweisungen. Es wird dir gefallen, Ferdy. Viele Ziele, kein Zögern. Ach so. Na dann. Ach so. Trotzdem, wir haben es noch nicht hinter uns. Behaltet den kühlen Kopf und wählt eure Ziele mit mir. Was ist mit dem Schiff? Verstehst du? Wenn wir uns nicht erst um die Verstärkung kümmern, vermutlich gar nichts. Das war nicht die Verstärkung. Abwarten. Abwarten und täten. Verstehst du? Verstehst du? Behaltet den kühlen Kopf. Ah. Hm. Bei mir sammeln. Sichert die LZ. Neeli. Sichert die LZ. Ich bin an der LZ. Dann ist sie automatisch auch sicher. Okay. Ich habe einen Feind getötet. Ach. Die beiden haben es aber gechillt. Sing noch ein fröhliches Liedchen. Wait. On position. Ja. Ich habe Pepper. Ein Haken und los. Oh. Jetzt geht es mir mit dem Heli ab. Kann los gehen. Wee. Ich warte vor, jetzt reißt das Seil. Das wäre doof. Da fällt man halt wieder runter. Was machst du da mal? Wie ist der Status des zweiten Schiffs? Unsere Wunderknaben haben das Kontrollsystem sperren können. Es ist von Manipulation geschützt. Aber viele Gegner nähern sich dem Schiff und können immer noch eine Menge Schaden anrichten. Wir gehen hin. Also ich fliege. Nein, du läufst. Nein, ich fliege. Du läufst. Laufen ist mir jetzt zu anstrengend und äh... Das ist ein Fahrrad. Der Arsch ist doch eingefroren. Äh, taub. Oh. Oh. Das war auch nicht. Ja, ich weiß noch nicht, worauf ich schießen soll, aber ist ja egal. Auf den Nebel. Ich habe bestimmt irgendwas getötet. Scheiße, du hast mir eine Heli zum Abschluss gebracht. Sie merken nicht, dass wir keine Russen sind. Dann sagen wir denen. Der Ungem schießt. Bam, bam. Das hier ist die Apokalypse. Apokalypse. Da ist ein Heli im Anflug. Da war ein Flugzeug. Irgendwie bewegt sich der Heli aber seltsam. Ja, überhaupt. Das ist eine Frechheit eigentlich, dass er sich bewegen kann. Jetzt fliegt er nicht. Ach so. Die Chile fliehen. Okay, 30. 30 von der Reine. Hört es? Ah, so hoch kann ich nicht ziehen jetzt. Oh, fuck. Ah, geht doch mal kaputt. Ah, so down. Er hat gesagt, einer erledigt, oder? Ja. Oh nein. Vielleicht meint er das jetzt einfach nur so. Einer erledigt. Bleiben doch 20. Oder auch nicht. Genau, würde ich gerade sagen. Ja, ja, ja. Alle tot hier. Ach, da sind immer noch welche. Mensch. Was ist denn da los? Oh, der Turm stürzt ein. Pufft, da ist er weg. Oh, der schöne Turm. Nichts gesichert. Wenn da noch einer lebt, dann ist es nicht sicher. Ach, das haben wir spaßig hier. Ja, ne? Pepper zappelt hier gerade ein bisschen rum. Nö, hier. 30 K, der ist unsichtbar und steht einfach nur blöd rum. Ja, meiner zappelt. Er danzt ein bisschen. Ja. Der denkt auch, oh, was ist ein Spaß? Ja, das war's. Oh, nein. Wir haben es sich schon die ganze Zeit an. Nein! Zum Glück hat uns keine dieser Panzerfists getroffen. Bis ich da bin, sind alle tot. Ja, ist doch gut. Ganz gechillt dann so fliegen und sagen, yo. Ich war dabei, ne? Scheiße, wo ist der Handy? Ich kann den Handy nicht treffen, der ist hinter mir. Zerstören. Boah. Was hält denn der aus? Ist ja unrealistisch. Schießt mit einem Mg auf den 35 Mal? Zweimal. Der stirbt nicht. Ja, ist doch scheiße. Müssen wir jetzt noch andere töten? Ja, jetzt sind doch noch immer alles im Fuß, Leute. Ich sehe gerade nur den Heli. Ah, der ist down. Geht doch. Wir sind alle tot, oder? Hast du ihn getötet? Ja, ich hatte ja keine freien Schuhe. Du, Mörder! Jawohl, der Heli ist down. Overlord, das Schiff ist sicher. Wir sind hier unten fertig. Verstanden, Overlord. Gute Arbeit, Hunter. Sie können abrücken. Yeah. Kann ich jetzt endlich aufs Klo? Bam, bam. 22,3. Präzision. 66 von 100 Punkten. Es läuft. Das ist irgendwie nicht so... Naja, was soll's, ne? Aber es gab keine zivilen Opfer. Halt die Schnauze. Es gab keine zivilen Opfer. Das war sehr gute Arbeit, Jungs. Diepfeier. Arsch ist taub. Und damit verabschieden wir uns dann von euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.